Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Fjordur. Ich bin gerade mit einem meiner beiden neun Pferde unterwegs und ich suche ein Schaf. Denn ich möchte gerne einen Flieger zähmen und ich habe auf dem Weg hierher, wo ich jetzt die Schafe suche, bei mir war nämlich ein 130er und dachte, ja, okay. Ich hatte ja gesagt, 130 ist das Minimum, aber für die Tiere, die ich tatsächlich so richtig nutze, also von denen ich auch was erwarte, die nicht nur in der Gegend rumstehen, möchte ich eigentlich 140 haben. Und als ich jetzt hier auf der Suche war nach Schaf, weil ich dachte, naja, von Anfang, okay, ist mir noch ein 145er begegnet. Und ja, den hätte ich natürlich deutlich lieber. Jetzt stellt sich halt die Frage, wie kriege ich mal hier schnell irgendwo ein Schaf her? Wir nehmen erstmal einen Terranodon, denn die sind einfach schneller zu zähmen und damit kann ich mir dann auch immer noch einen guten Agentar besuchen. Ich habe jetzt schon so zwei, drei Spots abgeritten, wo öfter mal Schafe auftauchen, tatsächlich auch direkt bei uns vor der Haustür. Da hatten wir jetzt ja schon zweimal eins, einmal gleich ganz am Anfang einen weißen Bock und dann ein bisschen später so einen rötlichen. Aber die sind halt beide nicht mehr da. Und deswegen durchstreife ich hier jetzt die Gegend in der Hoffnung, ich finde einen Schaf. Und wenn ich das gefunden habe, dann hoffe ich natürlich, ich finde diesen Terranodon oder einen vergleichbaren oder sogar noch besseren wieder. Zur Not müssen wir halt mal eben hoch ins Schneebiom. Da findet man vermutlich ein bisschen schneller ein Schaf, aber vielleicht auch nicht. Also die kommen hier schon häufiger vor, aber jetzt auch nicht so häufig, dass man sagen würde, die sind hier oft anzutreffen. Tja, leider immer noch kein Schafsglück. Ihr seht ja, wo ich inzwischen schon wieder bin. Aber hier hinten scheint noch so eine Art bewohnbare Höhle zu sein oder so. Ja, hoffentlich sind hier jetzt keine Wiffern oder irgendwas drin. Das hatten wir ja... Das hatten wir noch nicht gesehen. Sehr interessant. Vielleicht kann man hier an die Säulen auch wieder irgendwelche Tree-Plattforms oder sowas machen. Oder vielleicht gibt es einen Unterwasserzugang. Kann ja auch sein. Hm, aber hier ist es unglaublich kalt. Wahnsinn. Ja. Na, wir machen hier mal kurz die Runde. Joa, ist jetzt nicht so spektakulär. Aber wer hier gerne an solchen Säulen irgendwie baut, eine kleine Klippen-Plattform-Stadt oder so, der wird hier bestimmt sehr, sehr glücklich werden. Na, endlich. Da oben. Da ist ein Schaf. Ihr seht, es ist Nacht. Das heißt, ihr seht also nichts oder nicht viel zumindestens. Na, endlich. Na, endlich. Na, endlich. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir das platt? Ja, das ist nicht unbedingt die Frage. Aber schaffen wir das, dessen Fleisch mitzunehmen, bevor, bevor es vergammelt ist. Komm, hab dich mal nicht so. Wo willst du denn hin? Der ist gut, ne? 140 oder sowas. Aha. Sorry. Ja, 140. Es tut mir leid. Also, jetzt packen wir das ganz schnell wieder ins Pferdchen und reiten wieder zurück. Und ich hoffe, ich finde da diesen 145er oder vielleicht sogar noch ein 150er auf dem Weg. Das wäre wirklich grandios. Ich befürchte allerdings, wir können nicht das ganze Pelz mitnehmen, obwohl Pferdchen trägt ja eigentlich immer ziemlich viel, ne? Bäm. Wie lange hält das hier drin? Eine Stunde. Okay, das sollten wir also eigentlich schaffen. Ähm, ich brauche nur meine Pfeile wieder. Ne, das ist das falsche Inventar. Ich brauche das hier. Das hätte ich gerne. Mann, nein. Ich drücke immer auf die falschen Tasten, weil die alle so nah beieinander liegen. So, das sind die einen Sachen und das sind die anderen. Okay. So, jetzt heißt es, wir sind hier in der Nähe von Moria, Moria, sage ich einfach mal immer dazu. Ist das hier etwa noch eine Hülle? Ne, ist einfach nur eine Nische. So, genau. Wir sind, da drüben ist irgendwo der Eingang, der Haupteingang und hier unten ist dementsprechend also der See. Das heißt, wir werden jetzt in Richtung Heimat uns wieder davon machen und, ähm, ja, dann hoffe ich doch mal, ich finde den, den Terranu dann wieder oder wie gesagt, einen vergleichbaren. Es muss ja nicht genau der sein. Ha, wiedergefunden. 145. Das ist das Tier, was ich haben wollte. Jetzt müssen wir das Bolan und dann mit dem Pferd betäuben. Das heißt, Bolan Bam. Also, wir müssen es natürlich nicht mit dem Pferd betäuben, aber warum nicht? Wir haben ja eins. Eins, zwei, drei, vier. Ich mache deswegen ein bisschen, aha, ein bisschen langsamer, weil ich weiß halt nicht genau, wie viel er braucht. Ham, her damit, absteigen, Bola weg und Ham wieder darüber. Zack. Und jetzt heißt es, mal wieder Dinger bauen. Ach nee, hier kommt wieder so viel Harz raus. Das will ich immer nicht. Was brauchte man noch? Fasern, ne? So, und ein bisschen Leder könnte vielleicht im Pferd sein. Jawohl, mehr als ein bisschen. Da wollen wir doch mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie so sechs oder sowas von diesen Spikes bauen. Uns fehlt es bestimmt an Holz. Oh, schön, dass wir oben drauf stehen bleiben. So. Ja, es fehlt bestimmt an Holz. Lauf mal da rüber. Genau, und jetzt hier rüber. Sehr schön. Ja, dann bauen wir den jetzt hier ein, warten, bis er fertig gegessen hat. Und dann haben wir hoffentlich einen perfekt gezähmten Terranodon. Das ist jeden Moment soweit. Fünfmal muss er noch Nahrung verlieren und dann frisst er, wenn ihr euch da drauf ausrichtet. Dann könnt ihr übrigens auch dieses Ding sehen, wenn ihr es genau trefft. Na, jetzt. Aber. Mach. Genau. So, nicht folgen, denn nicht, dass du hier reinfliegst. Wir nehmen natürlich unser Material wieder mit. Ich kann ja nicht hier überall in der Gegend so ein Kram stehen lassen. Und dann hatte ich jetzt leider kein Chitin dabei. Ansonsten hätten wir auch gleich noch den Sattel machen können. Aber zu Hause, aua. Zu Hause habe ich, glaube ich, genug davon. Deswegen ist das kein Hindernis für uns. Und, ähm, ja, wir machen einfach gleich nochmal einen Rundflug über unsere eigene kleine Insel, würde ich sagen. Du folgen. Ich reiten. Also, erst mal wieder ab nach Hause. Oh, wir sind jetzt aber leidlich voll. Ähm, hm. Packen wir mal das hier rüber. Vielleicht wiegt es bei dem Pferdchen ein bisschen weniger. Aber ich glaube nicht. Okay, ich weiß, was so schwer ist. Das Ganze, die ganze Wolle, die wiegt einfach unglaublich viel. Dann wirst du mal hier auf diese ganzen Bären verzichten müssen. Mio-Bären sind sowieso die besten. Friss doch einfach die. Das brauchen wir auch nicht. Und das brauchen wir auch nicht, denn das haben wir ja sowieso gelernt. Okay, ein bisschen besser. Ein ganz kleines bisschen besser. Wunderbar. Parallel dazu, während der hier so vor sich hin gezähmt ist, hat, habe ich mir mal im Workshop so ein bisschen angeguckt, was es vielleicht für interessante Baum-Mods gibt. die so Wikinger-Stil haben. Und da habe ich eine von Echo's gesehen. Ein Echo, der macht ja viele schöne, also wie ich gerade, wie ich finde, halt auch wirklich so sehr... Ah! Nein! Wir können sie nicht mehr kontrollieren. Mist, dass er gerade jetzt gebrüllt hat. Unser Vogel ist nicht passiv, ne? Ich würde mich gerne umdrehen, aber ich kann noch nicht. So, jetzt. Kommst du bitte mit? Okay. Puh, da haben wir sie alle wieder zusammen. Äh, ja, der macht so sehr stilistische Mods, wie ich finde. Also die haben sehr viel Atmosphäre, war das Wort, was ich gesucht habe. Ganz genau. Die sind sehr, sehr atmosphärisch. äh, ich mache mal hier diese komische Sam-Dings-Boomster on track. Ja, irgendwie haben wir ja, wir hatten am Pegomastax was gestohlen, seitdem steht der jetzt da drin. Ähm, genau. Die sind sehr atmosphärisch, die Dinger, sind sehr optisch. Ähm, ja, deswegen dachte ich, der hat so viele Mods und die sind eigentlich immer alle ganz hübsch gewesen. Ein paar funktionieren besser, ein paar haben ein bisschen mehr Probleme, aber, ähm, im Großen und Ganzen, wie zum Henker ist der Galimimus da oben reingekommen. Im Großen und Ganzen ist das eigentlich immer sehr schön, das Zeug, was der hat. Und, äh, vielleicht ist der irgendwie doch da, guck mal, wie weit die springen, vielleicht ist der ja doch irgendwie hier reingesprungen. Ähm, sobald wir hier umziehen, und das könnte ja schon relativ bald der Fall sein, würde ich dann nämlich, äh, unsere eigentliche Base, die wir dann machen, bauen wollen, die würde ich dann mit diesem Echo Mod machen. Du landest bitte irgendwo hier oben, ja? So. Okay, ein Glück, ich wollte gerade sagen, was habe ich gerade gesagt, wollte ich sagen. Ähm, sehr schön, dann machen wir dir doch mal deinen Sattel, dafür gibst du mir mal alles her, kann ich das tragen? Nö, warum auch? Dann kriegst du die Wolle erst mal wieder, dann kann ich es nämlich tragen, die ist immer unglaublich schwer. Müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal ein paar neue, ähm, Pelzklamotten machen. Also, rühren wir jetzt noch den Pelz, hier haben wir noch ein paar schwarze Bärchen, können wir noch ein paar neue Narkotiks herstellen. So, die kommen hier rein, zack, und falls uns mal aus irgendeinem Grund das Saatgut ausgehen sollte, kommt das da rein, die Blueprints kommen hier rein, und, ähm, Betäubungspfeile, im Terranodon müsste ja eigentlich auch noch ein bisschen, ähm, Narkotik sein, oder? Ja, aber auch nicht mehr sehr viel. Wie sieht der aus? 1500, naja, Ausdauer ist natürlich immer wichtig, Gewicht ist auch immer wichtig, die beiden Dinge, damit er lange fliegen kann und damit er wenigstens ein bisschen was tragen kann. So, ach ja, die wollten die Pelzen mitnehmen, Pelzklamotten machen und, ähm, den Terranodonsattel machen und dann hier über unsere eigene Insel nochmal drüber fliegen. Okay, jetzt ist alles am Start. Äh, ich mache hier mal Sicherheitshalber die Türchen, Schuh, wir packen das hier mal rein, aha, passt schon gar nichts mehr rein, sehr schön, dann kann der Kram ja weg. So, ich habe mir alles bis auf die Mütze machen können, dafür fehlt mir tatsächlich gar nicht mal Pelz, sondern Metall, aber da schmilzt jetzt noch das bisschen, was ich habe, ein. Du kriegst deinen Sattel und du kriegst noch mehr Ausdauer und wir setzen uns mal hier drauf und geben dir aber vorher noch einen Namen. Petra. So, Petra, dann erheben wir uns in die Lüfte. Juhu, wir sind mobil mit Level, was haben wir? 66, sitzen wir zum ersten Mal auf einem Flieger und ja, wie ihr seht, so schnell kommt man hier überall rum, sieht wahrscheinlich gleich auf den ersten Blick, wo hier die Schafe sind, da ist alles so viel einfacher und geht alles so viel schneller, was natürlich die Sachen auch ein bisschen langweiliger dann halt macht, aber naja, das gehört halt dazu. Irgendwann hört sozusagen ja auch der Spaß mal auf, dass man sagt, ja okay, jetzt habe ich hier genug erkunden, ich habe jetzt keine Lust mehr stundenlang nach irgendwas zu suchen, es muss jetzt alles mal ein bisschen flotter gehen, wir wollen ja auch was erreichen und dann ist es halt schön, wenn man mal so einen Flieger hat und ich denke, wir haben uns eine ganze Weile am Boden aufgehalten, wir haben eigentlich die gesamte Map, naja, was heißt die gesamte Map, aber so einen guten Teil davon zu Fuß erkundet, ja, wir waren auf jeder dieser Inseln und sind eigentlich immer einmal außen drumrum und einmal das Innere haben wir uns angeguckt, also wir haben wirklich viel, viel gesehen und deswegen denke ich, das ist jetzt ganz legitim, was ist das, ein Alpha Karno, also Alphas gibt es ja auch ganz gut, muss ich sagen, das ist ganz legitim, wenn wir sagen, wir holen uns jetzt vielleicht dann mal einen Flieger und gucken uns mal die Welt von oben an, das ist ja auch schön, wie gesagt, man sieht ja auch meistens mehr, wenn man von oben guckt, weil man einfach den besseren Überblick hat, wenn zum Beispiel, wenn jetzt hier irgendwo an der Seite irgendwelche Höhleneingänge sind, die wir vorher nie gesehen haben, weil wir immer oben oder unten drunter vorbeigelaufen sind, dann sehen wir sie halt jetzt, und das finde ich ganz praktisch. Und da haben wir schon keine Ausdauer mehr, ja, da muss man sich erstmal wieder daran gewöhnen. Das sieht jetzt nicht allzu gefährlich aus, da unten. Wie ihr seht, habe ich mir auch den Wikinger Bart und Wikinger Frisur zugelegt, dadurch, dass wir ja alle Errungenschaften auf Steam freigeschaltet haben, haben wir eben auch alle Frisuren und das gilt ja nicht nur für einen Charakter, sondern das gilt ja für das Konto sozusagen, also für den Account. Und deswegen kann jeder meiner Charaktere sich jede Frisur machen. So, hier haben wir irgendwo das Schaf her, genau. Ja, jetzt können wir natürlich auch besser mal so an die Wasserfälle fliegen, gut, hier sieht man schon, dass da nichts dahinter ist, aber das geht jetzt halt alles viel schneller und halt auch auf verschiedenen Höhen. Vorher war das alles ein bisschen schwieriger. Ein schöner Durchgang, aber keine Höhle. Oder doch? Nee, ne? Nur ein Durchgang. Ja. See mit Steg. Dann hatten wir aber auch schon gesehen, als wir unseren Zu-Fuß-Land-Ausflug gemacht haben. So können wir mal wieder pausieren. Ach ja. So ist es schön. Und vor allem, so kriege ich natürlich auch die ganzen tollen Loots ziemlich schnell und zuverlässig. Das gefällt mir auch. Da drüben, diese kleine Insel, kommt mir jetzt irgendwie nicht so bekannt vor. Da ist ein roter Loot. Wir holen uns den kleinen, wir holen uns den Loot und dann gucken wir uns mal diese kleine Insel da an. Da, da ist Öl drauf. Oh, eine ganze Menge Metall. Na, das ist doch nice. Jawohl. Direkt hier drauf. Aha. Biber Dämme. Ich glaube, die hatten wir schon mal irgendwo gesehen. Kann das sein. Na, das hätte jetzt aber auch ein Terranodon-Sattel sein können. Jetzt sind wir nämlich schon wieder so verteufelt schwer, dass wir wahrscheinlich deutlich langsamer gleich fliegen. Die Küste ist eigentlich auch ganz nett. so, aber ich würde auch sagen, wir gucken uns diese kleine Insel da an und ich mache mich direkt gleich wieder auf dem Heimweg. Wir haben in letzter Zeit uns so viel angeguckt und erkundet. Wir müssen uns jetzt halt nur noch für einen Bauspot entscheiden. Und ja, ich denke, ich werde irgendwo auf der großen Landmasse bauen. das scheint mir doch ganz schön... Ah, hier sind auch so Ölflecken. Das ist gut. Sollte man mal an eine Ölpumpe kommen, kann man die nämlich ja aufstellen. Sonsten gibt es hier eine ganze Menge Metall und wie gesagt, Öl und Ölflecken. Das ist cool. Aber hier werden wir uns nicht aufbauen. Ja, vor allem, was wir ja noch gar nicht so richtig gesehen haben, ist die Lava-Insel. Da sind wir ja wirklich nur außen drumrum und gar nicht wirklich drauf. Und deswegen ist das natürlich auch was, was man sich nochmal angucken kann, wobei ich da mit Sicherheit auch nicht wohnen werde. Wir brauchen also einen Spot, der eine schöne Aussicht hat. Meinetwegen auch irgendwie was Nettes, Interessantes für uns frei hält. der Holz hat und Stroh und Sträucher und Metall und Kristall und wo vielleicht auch Öl oder Perlen nicht so weit von entfernt sind. Das ist also der ideale Spot für uns. Ist das da ein Krokodil im Fluss? Es scheint so. Genau, sowas wäre dann der ideale Spot für uns. Und dann müssen wir eben mal gucken, ob wir den finden oder vielleicht sogar schon gefunden haben. Ausdauer. Wir gucken nochmal da bei dem Wasserfall und dann geht es straight wieder nach Hause. Na, wer sagt es denn? Wir haben hier auf jeden Fall Kristall. Allerdings kein Metall. Wir haben mal was hinter einem Wasserfall gefunden. Ich weiß, dass es davon mehrere gibt. Wir haben halt bisher nur einfach immer nicht das Glück gehabt, auch mal irgendwo ranzukommen. Aber man kommt hier ja auch zu Fuß nicht wirklich ran. Also man müsste hier runter klettern klettern. aber ja, mit einem Tier und dann hier drin farmen oder so, das geht eigentlich gar nicht. Okay, cool. Ha, schön. Hui, da haben sie uns bemerkt. Macht nichts. Wollen wir hier auch nochmal kurz gucken. Jetzt geht mir auch schon gleich wieder die Ausdauer aus. Na. Die sind glaube ich zu klein. Hier vielleicht. Nee, auch nicht. Hey, und wieder ein roter Lut. Ich sag ja, die sind hier echt, echt häufig. Wir ruhen uns hier erstmal ein bisschen aus. So, wir segeln gern Heimat. man sieht schon meine Spikes da drüben. Mal gucken, ob wir das hier noch schaffen mit unserem bisschen Ausdauer. Ich weiß noch nicht, ob wir uns in der nächsten Folge direkt einen Bauspot suchen. Also es meine, es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, hier sehr viel mehr zu bauen, wenn ich ja weiß, dass ich ohnehin nicht bleiben will. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir nicht vielleicht irgendwie ja noch irgendwas ganz faszinierendes anderes geiles finden, dass ich irgendwo da in dieser gelben Birkenregion mir was suche. Ey, ey, weh, ihr macht da oben meine Spikes gleich kaputt. Die finde ich nämlich einfach überragend schön. Das ist einfach auch eine Region, die kennt man noch nicht. Also das ist nichts, was es schon mal irgendwo anders gegeben hat. Schon allein deswegen finde ich die auch gut, weil es einfach was Neues ist. und ja, also es gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Von der Farbe, die Lichtstimmung, es ist einfach wirklich ganz, ganz tolle Region und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir dort irgendwo was suche, aber das machen wir dann vielleicht ja beim nächsten, übernächsten, überübernächsten Mal. Mal gucken, da hinten kommt schon wieder ein roter mit Kringel runter. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir an dieser Stelle mit der Folge für heute Schluss machen. Wir haben einen sehr guten Terranodon gezähmt, Level 145 war sie, als sie wild war. Sie hat leider durch das Zähmen mit Hammelfleisch ein Level eingebüßt, was ich schade finde, hätte ich auch nicht gedacht, dass das passiert. Wir haben sie mit einem Pferd betreibt, das ging hervorragend, vorher gebohlert, weil sonst logischerweise wegfliegt. Ja, und haben sie dann mit Level, was war sie, 216, glaube ich, 217 war das Pferd mit 145, das wir perfekt hatten und der hier hat ein Level verloren, ja. Ja, so haben wir sie halt gezähmt und ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arc Fjordur. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.